30 Sekunden Wissenschaft mit Bayer Wir sind uns noch nicht sicher, ob Kinder gegen das Coronavirus geimpft werden sollten. Aber wir wissen, dass es eine Menge Impfstoffe gibt, die Kinder schon in einem sehr jungen Alter bekommen. Der große Unterschied zwischen dem Coronavirus und diesen Impfstoffen, die bereits verabreicht werden, ist, dass das Coronavirus Kinder nicht sehr krank zu machen scheint. Wir sind uns also noch nicht ganz sicher, ob Kinder geimpft werden sollten. Im Moment konzentrieren wir uns bei Corona darauf, sicherzustellen, Erwachsene zu schützen, damit sie gesund bleiben.